Exus 19 Hallo, hallo! Exus 19 hier. Ich musste noch ein bisschen umstellen, weil die Kisten nicht aufgegangen sind. Willkommen zurück zu Terraforma-Craft. Nein, Punk. Terraforma-Punk ist es. Ich habe mir hier noch ein bisschen Tool-Racks gemacht. Ich frage mich einfach jedes Mal, was das Grüne hier ist. Aber, who cares, oder? Ah, ein Teil eines Baumes. Wieso ist das ein Teil eines Baumes? Ich habe doch diesen aufgestellt. Egal, egal. Ähm... Die Tomaten sind fast bereit. Die ersten Sojabohnen kommen. Hä? Es wird langsam. Es wird langsam. Jetzt schaut euch das mal an. Diese Dinge. Die habe ich rausgenommen. Jetzt brauchen wir... Ich nehme ein anderes Messer für das. Wir müssen jetzt das hier abschaben. So. Schön abschaben. Dann nehmen wir das wieder. Jetzt kommt das gleich hier rein. Ja. Aber warte noch kurz. Ähm... Das mache ich da umso vorsichtig. Weil wenn ich es schnell machen würde... Shit, das Messer hat nicht gelanget. Wenn ich es schnell machen würde, dann würde ich das Messer auf den... Auf den Block legen und dann mache ich etwas aus dem Block. Ich zeige euch jetzt gerade was. So. Zuerst legen wir das ein. Das hat noch einen Moment. Nein, das ist auch schon ready. Ah. Ich mache es schnell. Gemacht ist gemacht. Sag ich immer. So. Das hier. Das hier. Ihr seht, ich stinke schon wieder. Die Arbeit macht nämlich hungrig. So. Okay. Schön. Das hat noch einen Moment. Ähm... Ich habe nichts mehr zum einlegen. Okay. Ich muss das abschneiden. Das... Eben, decay. Es ist 18,2% kaputt gegangen von diesen 126,72. Wenn ich das jetzt abschneide, habe ich wieder reines Fleisch. Das Problem ist einfach. Es ist weniger. Und irgendwie sollte ich das mal kochen. Weil so trocknen bringt gar nichts. Ich mache das aber nachher. Weil ich möchte euch zuerst zeigen. Zwar machen wir das so. Ich brauche noch ein paar Steine. Zwar Marble Rugs. Die zerschlagen wir mit dem Hammer, damit es Flachs gibt. Jetzt ist der Hammer zwar fast kaputt. Aber das ist egal. Es reicht. Wenn ich jetzt den hier drauflegen... Nein, das geht nicht. Ist doch das. Okay, sorry. Dann komme ich nachher nochmal, wenn ich das überprüft habe, wie es läuft. Ah, aber das geht. Jetzt habe ich daraus einen Tisch gemacht, in dem ich mit dem Messer rechts klickte. Drei Dinger sind hier reingegangen. Ceramic Bowls. Jetzt, was habe ich so an Essen rum? Ich will Salat mit Knoblauch. Mais. Was passt noch rein? Sojabohnen. Hier kommen noch etwas Süsses rein. Jetzt machen wir uns nämlich einen Salat. Das sind 20 Unzen. Das heisst, man kann recht lange davon zerren. Also, sprich ungefähr am Balken kommt die Bowl wieder zurück. Die kann wieder rein fallen. Die gehen da mit den Sack kaputt. Aber äh... Es ist recht etwas Gutes eigentlich, finde ich. Er hat immer so seine Salat dabei. Jetzt äh... Da geht Cooking dann hoch. Das ist nicht schlecht, oder? Weil... Je besser ich koche, desto mehr gibt es mir. Ähm... Das ist jetzt nur Savory. Aber wenn ich jetzt noch Sachen zusammenmichsele. Zum Teil ist es ein richtig geiles Essen, das wir wirklich gerne haben. Und... Ich weiss auch nicht, wie ich es beschreiben kann. Aber es ist dann halt einfach besseres Essen. Ich brauche unbedingt bessere Lampen. Weil... Mit dem... Bringt es mir gar nichts. So. Also, ich komme gleich wieder. Ich muss das überprüfen, wie das funktioniert mit dem Seich. Seht ihr das gleich wieder? Also, schaut. Es ist so. Es ist der falsche Stein gewesen. Das heisst, ich muss irgendwoher den Stein finden. Ähm... Puh... 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 Ja, ich mache mich mal auf den Stein. Puh... Wir gehen einmal zurück zu schauen. Ähm... Wir sehen uns dann wieder. Hallo, Hallo, XS19 hier. Ich bin ewig und drei Tage gelaufen, habe endlich Zwiebeln gefunden, ganz viel Mais, einen Cherrytree und eine Hydra. Ja, eine Dreiköpfige. Und ich sehe, also ich bin immer noch im Quartzsite. Vorher war ich in Marble, jetzt ewig im Quartzsite-Stein. Okay, ich sehe den dunklen Stein, wenn ich Glück habe, ist es der, den ich brauche für meine Schmiede. Und für meine Quern Base. Granit, Conglomerate, Chalk, Marble. Ah, Marble geht auch für das. Quartzsite geht auch für das. Okay. Und wie heißt das andere? Das ist irgendein Wheel, hä? Ich spiele Weed, das. Handstone, Limestone, Church, Dolomite, Claystone, Shale, Limelight, Rocksalt, Schist, Shale, Marble gott auch. Okay. Okay. Ähm, willst du mir sagen, beim Anvil? Okay, das steht nicht drinnen, hä? Mal schauen, ob Marble auch gehen würde, aber... Okay. Ist gut. Ist gut. Ich gehe wieder dahin mein Zeug holen, hä? Meine Fresse. Wo bin ich jetzt da? Ähm, ja, ich laufe mal wieder herunter. Scheissdreck. Also, ich habe mich anschleichen können. Ich habe ein bisschen Angst. Ein bisschen eher. Schau dir das an, die Verwüstung, die ich gemacht habe mit ein paar Kugeln. Ist das ein Kopf oder ist das ein Schwanz? Ja, es ist ein Kopf. Hm. Ich schaue, ob ich hier irgendeinen Sichtschutz machen kann. Das Problem ist, dass Erde rutscht. Ja. Fuck, es lockt mich genau an. Was mache ich? Ja. Haha, mein ganzer Sichtschutz geht runter. Ich traue mir auch nicht zu einem Baum hinterher gehen. Ich bin zwar von dort gekommen, aber... Dort hat sie mir den Rücken noch zugetragen. Ah, man sieht sogar auf der Karte, in welche Richtung sie schauen. Ja. Mann, ey! Mann, ey! Mann, ey! Das Kweste der Bruch. Dann greifen. Ok. Es ist Shale. Scheiße. Smooth, enderzeit! Ich glaube, Enderzeit ist einer davon. Okay, irgendeiner von diesen muss es sein. Mein Herz, ich bin zu alt. Ich bin zu alt. Das klingt richtig wie eine Höhle da drin. Tuck! Ah, was ist das? Oh no, ich bin zu alt. Wir brauchen eine Fakke. Ich brauche die Fakke. Den brauche ich auch. Lower Book. B. Aha. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Das brauchen wir nicht. Man kann sich dazu melden, dass man dort Geschichten schreiben könnte. Aber ich bin nicht so ein Geschichtenschreiber. Ich kann spontan erzählen und so. Einfach halbwegs coole Geschichten. Aber so richtig gutes Zeug schreiben kann ich dann auch wieder nicht. Oh Gott, das ist sie. Nein, ich habe keine Rüstung. Ich habe keine Rüstung, ich habe gar nichts. Ich lasse einfach. Ich lasse einfach. Sorry. Warte, das habe ich nicht genommen. Ja, doch da hängen. Kann ich das nicht testen? Nein. Nein. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Dann ist es normal. Also ich habe auf dem Weg hierher, also auf dem zweiten Weg hierher, habe ich, was ist los mit der Karte? Aha, weil ich drinnen bin. Dann habe ich noch ein anderes Gebäude gefunden. Ich werde nachher dort noch schauen, was das für ein Stein ist. Ich bin noch daran vorbei gelaufen. Ich habe vergessen, dass es mit Grave ist. Und ich habe gedacht, ich muss pressieren. Aber ich nehme von diesem Zeugs mit. Vielleicht kann ich es irgendwoher noch brauchen. Ich habe noch nicht genug von diesen Sachen. Vor allem sieht es auch noch relativ schön aus, oder? Vielleicht sogar am Boden daraus machen. Oder so. Wir sehen uns wieder, wenn ich beim anderen Gebäude bin. Wie ist denn? Ich bin da. Irgendwo schnaubt es. Ich weiss aber nicht, wo das Viech ist. Aha. Aha. Ha ha ha. Okay. Gut. Dann versuche ich da etwas Granite überzukommen. Ich glaube, dass das klappt. Bevor man wieder eine Sauarbeit macht, testen wir das. Yes. Finally. Hammer time. Okay, das ist ein Anvil. Jetzt ist es halt so. Jetzt ist es halt so. Oh. Scheisse. Zu schnell durch die Gebiete durchgelaufen. Jetzt lag es überall. Wie schlimm ist es? Ziemlich schlimm. Ja, ich schaue raus und wieder rein. Ich glaube, es sollte wieder gehen. Mal schauen. Wie das hier aussieht. Wir müssen eben, um das zu bekommen, muss ich jedes einzelne Rund herum wegschauen. Das habe ich euch schon einmal gesagt. Ich weiss. So. 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 Ich schaue, dass ich vier habe. Falls ich irgendwo einen Fehler mache. Ich habe einfach noch eine Reserve. Jetzt machen wir den hier kaputt. Gut. Ich nehme diesen hier weg. Gut. Dann. Fünf. Hängt das hier an? Ich weiss das nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann für das Kämiauch noch andere Sachen bräuchte. Okay, warte, da muss ich jeden wegnehmen. Sorry, verschreckt. Okay. Ist das wieder ein anderer? Ist das so ein smooth? Sieht zwar auch nicht schlecht aus. Shape Bricks. Gib mir lieber diese hier. Die liegen da ein bisschen mehr rum. Okay. Ich finde es recht anstrengend, so weit weg von zu Hause zu sein, weil es einfach nur gefährlich ist. Aber ich bin auf dem Heimweg. 500 Blöcke. Es ist stark, es ist alles okay, ich habe eine gute Waffe. Ohne diese wäre ich schon 3000 Mal gestorben. Ich sage es so. 3000 mindestens. So. Eventuell finde ich auf dem Weg nochmal irgendeinen Baum. Wo ich noch nicht habe. Ah nein, ich habe mein Teil nicht dabei. Meine Sichle. Ah, und lags wieder. Ja. Ich glaube, ich muss... Ja. So, probieren wir es wieder. Ich weiss nicht gerade an was es liegt. Wahrscheinlich eben, weil so viele... Neue Sachen online sind. Und Terra Firma Craft ist sowieso ein... Ein mega lagfest. Ist das jetzt schon einer? Was habe ich jetzt aufgenommen? Ah, eben. Farm. Okay. Gut. Ich nehme das mal mit. Mal schauen, ob das irgendetwas ist. Und es ist gerade nur am legen. Ja. Ich muss ganz so viel dabei neu starten. Sorry Leute. Das tut mir wirklich leid. Hurra. Wieder zurück. Ich habe gerade nochmal neu geladen. Also. Ah, das elende Stroh. Das ist nicht normal. Ich kann gar nichts machen mit dem. Ähm. Gut. Machen wir da noch meine Cherry Trees herren, die ich da gefunden habe. Dann. Ist es genug Sonne? Ja ja, das geht. Ich soll den mal abhacken. Was haben wir für Jahreszeit? Sommer. Der ist Harvestable Late Summer. Nein. Nein. Machen wir nicht mehr. Wie geht es eigentlich meinen Maple Trees? Oak Trees. One day remaining. Vier Tage noch. Okay. Zwölf Tage. Gut. Jetzt. Die wären fertig. Die noch nicht. Das hat noch etwas Zeit. Also das ist meine Küche. Ich möchte meine Schmiede. Ich möchte ein wenig Platz haben für diese. Ich mache mal die Schmiedsachen hier in der Ecke. Hier ein wenig Erde weg. Erden verhalten sich so, wenn es an zwei Orten gestützt ist, rutscht sie nicht. Ich zeige euch den Rest. So sollte sie rutschen, glaube ich. Und wenn ich sie jetzt weiter hier her, da ist sie vorher hier runter gerutscht. Dann rutscht es eben nicht, weil es an zwei Orten gestützt ist. Also da rutscht es. Rutscht. 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 Wenn ich die Schmiedsachen will, dann rutscht ich hier vorne her. Hier kommt der Hammer. Weisst du was? Fug-Off. Dann machen wir einen neuen aus Shale. Was auch immer das ist. So. Nein. Okay. Wir gehen hier rein. Und ihr habt jetzt gemerkt, meine Fackeln sind ausgegangen. Ich muss sie mit einer anderen wieder anzünden. Das ist wegen dem Regen, wegen der Zeit, wegen verschiedensten Gründen ist das passiert. Jetzt kommt der Flachs zum Einsatz. Moment, was ich auch schon lange machen sollte. Ich habe gerade gedacht, du bist keine normale Kuh. Da bin ich verschrocken. Ah, der grusige Fisch. Der ist gerade auch langsam kaputt. Es ist halt einfach zu warm hier. Lass mich überlegen, bitte. Nein, das will ich auch bei mir. Äh, Erzsachen. Habe ich noch irgendwas Erziges bei mir? Moment, Moment. Ich muss etwas aufräumen. Steinige Steinsachen. Wieso sind die da oben? Oh nein. Steinige Steinsachen. Was haben wir da? Sonstiges Scheiss. Nein. Mopterums sind da oben. Mopterums sind da oben. Zwei Mal Leder. Okay. Wie sieht das da aus? Jetzt habe ich gerade keine Leder mehr. Das ist gut. Und das muss ich eben mit der Schere machen. Okay. Okay. Fressen. Blocken, die ich im Moment auch nicht brauche. Gut. Erz. Hier habe ich jetzt 30x35. Mal schauen, wie viel das hier gibt. Dann legen wir das hier rein. Zack. Versenken. Wo ist mein Stroh? Da. Dann machen wir das so. Es ist einfacher gerade. Zack. Zack, zack. Und jetzt heisst es schmelzen lassen. Habe ich noch einen Feueranzünder da? Nein, habe ich nicht. Wir probieren es mit einer Fackel. Es sollte eigentlich gar im Regen haben. Ja. Gut. Olivenbaum. Das ist bereit. Da kommt jetzt noch Flax rein. Jetzt heisst es, den Kupfer-Anvil machen. Ich brauche Kupfer-Double-Inget. Das heisst, zwei von denen zusammenmischen. Also. Ich brauche sieben mal zwei. Vierzehn. Jetzt habe ich einen Keramikmold zu wenig. Das ist ein wenig Schade. Ich habe auch kein Feuer. Das heisst, ich muss es sehr schnell machen. Immer zwei befüllen. Dann schauen, dass ich es zusammen machen kann. Ja. Ich zeige es euch gerade. Wir warten jetzt bis das fertig ist. Ähm. Sachen machen kann ich auch noch. Es geht alles kaputt leider. Ah, nicht schon wieder. Wo ist er? Wo ist er? Hier. Hier. Kommt du Nazi. Keine Lust. Hier hätte ich auch noch ein Kupfer. Aber es ist eben kalt. Sie müssen wirklich heiss sein, dass ich es zusammen machen kann. Okay. Also komm. Wo ist er, Bastardo? Kommt doch. Kommt du Sau. Äh. Kuh. Gut. Yeah. Kommt nur rum. Kommt nur rum. Ich habe ein gutes Schwert. Johnson Cruiser. Oh. Drop. Gut. Protection 6, ey. Geil. Es sieht richtig steampunkig aus bei mir zu Hause. Schau das an. Ach, das sindloses Rohr. Yeah, I like. Oh oh. Oh oh. Die Schüssel ist kaputt gegangen. Tja. Das gibt's. Also. Ich muss noch den Mais ansäen. Ich habe aber im Moment... Ich habe eigentlich eine Schauflin schon gemacht. Nein, eine Schauflin brauche ich auch noch. Ich brauche... ...eine Schauflin, die hier drin hängt. Die ist zwar fast kaputt, aber es reicht noch im Moment. Eieiei. Was ist das? Was ist das? Rami von Muscle. Hier. Ich muss etwas trinken. Sonst bin ich dann fast noch im Arsch. Ich kann nicht mehr Sprinten und so. Wenn man Durst hat, kann man auch nicht mehr Sprinten. Steam Saw. What the fuck? Heisst das, ich werde jetzt mit dem Gubonium sagen? Was ist das? Also sie läuft. Ich kann mich rechts kriegen. Kann ich sie aufladen? Hm. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen kann. Ah, schau. Hier hat es nochmal so ein Strom. Jetzt ist es dein Band. Rechts. Keine Ahnung, liebe Leute. Keine Ahnung. Da, am Schernen. Okay. Ähm. Ähm. Da. Gegner? Nein. Wo hat es die andere Hose? Hier. 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 Als ich hier gestiegen bin, gibt es oftmals mehrere. Dann wird es richtig cool, da kann man sich richtig anfangen darauf zu fixieren. Auf der einen Seite haben wir nur Getreide, hier haben wir nur Früchte, hier haben wir nur Gemüse und so weiter. Also, die Sonne geht langsam auf. Ich mache mich jetzt schon mal auf den Weg rüber zum Lehm, da habe ich nämlich ein Riesenfeld gesehen. Schau dir das an. Ich brauche eine Schaufel, eine Kupfer-Schaufel. Und ich brauche eine Kupfer-Hole. Okay, das reicht. Ich hätte eigentlich mit dem warten und das erste Ding machen sollen, aber es ist jetzt schon zu spät. Das ist gut so. Zwei Stroh. Zwei Stroh. Zwei Stroh. Und wer kommt da wieder? Kupfer-Schaufel. Also, eine Schaufel. Eine Höll. Ähm... Ja. Jetzt versuche ich noch mal das Schwert, dass man... Das mal in die Richtung... Yes! Und... Machen wir noch mal. Nein, nicht so, nicht so. Was brauche ich noch, liebe Leute? Was brauche ich noch? Was brauche ich noch? Knives. So. Okay. Oh! Es ist ready. Ich möchte es gleich noch an Schub tun da. Scheisse! Es ist wieder eine halbe Stunde rum. So. Okay. Machen wir uns ready. Brillant weiss ist es. Okay. Ich warte immer einen Moment. Einfach, dass ich nachher nachkomme mit dem Zusammenschlagen. Das ist nämlich eine Kunst für sich. Okay. Machen wir noch mal zwei. Jetzt muss ich schauen, die Sternchen nehmen zu schnell weg. Und an denen sieht man, es ist jetzt eine White Liquid. Da ist es White. Yellow White. Okay. Kannst du rausnehmen? Nein. Es ist immer noch Yellow White Liquid. Das ist so weird. Wenn es jetzt noch eins runtergeht. Nein, das ist immer noch. Kann ich immer noch nicht rausnehmen. Also, ich mache noch mal zwei. Ich hoffe, es geht jetzt. Es geht genug schnell, meine ich. Weil man muss sich sehr beeilen. Sonst sitzt man einfach auf die Barren und kann sie nicht mehr zusammendingeln. Ich kann es zwar wieder ins Feuer fallen und wieder aufwärmen, aber es ist viel praktischer, wenn ich es gerade hier machen kann. So. Noch ein Sternchen. So. Jetzt den Namen ändern. Und das jetzt nicht mehr Liquid sein, glaube ich. Was? Immer noch? So. 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 Jetzt ist es so weit. Zusammen. Gut. Einen haben wir. Dann geht es durch noch einen Moment. Ich habe eh zu wenig Kupfer. Aber trotzdem. Ich will so viel wie möglich parat haben. Shit. Das ist noch nicht parat. Mach! Sonst ist das zu kalt. Yes. Jetzt reicht es genau noch für die zwei. Und das wird jetzt gleich auch noch rausleeren. Es sind zwar noch 50. Aber mit den anderen 50 aus dem nächsten Kübelchen geht das schon. Scheisse. Gut. Gut. Okay. Ja. Ich mache das noch fertig. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, dann habe ich genug Kupfer, um das fertig zu machen. Und unseren ersten richtigen Schmiedenbalken. Bis dann. Ciao, ciao. Ja. Ich mache es noch jetzt mal. Musik permis